hallo auf meinem ingenieurskanal heute ein grundlagenthema ingenieurwesen wirkungsgrad und verlust gerade in der heutigen zeit wo wir die energiewende und so weiter haben müssen wir wenn wir damit reden wollen gesichert hiervon eine ahnung haben um was es geht und deswegen ein bisschen rechnen kopfrechnen müsste eigentlich gehen kleine taschenrechner rechnungen und dann kommt noch ja und dann multiplikation addition und subtraktion auf dem bereich von der zweiten klasse damit können sie im prinzip fast alles erschlagen was ihnen als neuigkeit präsentiert wird wie sie das bewerten es geht ja auch wieder um die bewertung von dingen und dazu brauchen wirkungsgrad ganz einfach so und verlust denn jeder technische prozess alles was wir hier machen ist verlust also jeder hat hat verlust und ja gut nehmen sie pc letztendlich das dann 100 prozent verlust denn jeder pc die leistung die da rein kommt kommt hinten als heiße luft wieder raus pc heizung oder laptop das alt ist es quasi alles wärme deswegen brauchen sie guten kühler und deswegen muss man aufpassen beim laptop dass der dass sich der kühler nie zusetzt verlust alles 100 prozent verlust hat letztendlich pc und eins minus verlust ist wirkungsgrad beispielsweise in guten elektromoder 90 prozent wirkungsgrad haben wir heute locker wenn jetzt noch mehr das heißt also wenn ich da energie reinpacke elektrische energie und 90 prozent wirkungsgrad hat dann kommen dann an der welle vorne 90 prozent der energie wieder raus die restlichen zehn prozent gehen als verlust verloren also und verlust ist letztendlich im ingenieurwesen immer wärmeverlust was es wird warm die wärme müssen sie auch wegkriegen ja gut also wenn sie gut was haben wir beispielsweise klassische kohlekraftwerke 40 prozent wirkungsgrad windkraftanlagen maximal an einem punkt wichtig die meisten geräte haben ihren maximalen wirkungsgrad nur an einem punkt windkraftwerke windkraftanlagen direkt getriebene bungsgrad 50 prozent windkraftanlagen getriebeanlagen 48 prozent 47 prozent das ist das und das eben der rest von der windkraftanlage ist dann verluste die dann also wenn die das wenn die energie wenn die windenergie umsetzt aber hier geht es jetzt hauptsächlich um verluste wenn ich jetzt das wichtige wichtig ist hier erst mal die verluste wenn ich irgendwie aus dem kraftwerk was bekomme mit einem gewissen wirkungsgrad dann gucke ich nachher was hinten rauskommt ganz am ende und hier haben wir was nettes das ist nämlich ganz einfach wirkungsgrade wichtig nicht verluste multipliziert man einfach und dann kann man gucken wie viel von dem vornerein gesteckte energie hinten ab ganz am ende wieder ein kommt und zwar ja und da nehmen wir beispielsweise mal ja die aussage vom professor quaschning ich habe hier ein elektroauto das braucht umgerechnet so viel energie wie zwei liter diesel auf 100 kilometer da frage ich sie ist das richtig oder falsch dann sage ich eigentlich beides sowohl richtig als auch falsch also wenn man das so rechnet ich stecke den stecker in das ding und zum laden in den in das elektrofahrzeug und ja und dann hat er einen verbrauch von ungefähr 20 kilowattstunden pro 100 kilometer ich weiß zufällig ich habe darüber im buch geschrieben dass diesel kerosin ungefähr 10,5 kilowattstunden pro liter hat dann brauche ich zwei umgerechnet zwei liter diesel um das elektrofahrzeug 100 kilometer zu bewegen die rechnung ist richtig er betrachtet allerdings nicht was da vorne dran hängt ladeverluste und so weiter und die muss man dann auch berücksichtigen und hier haben wir dann eben verluste als beispiel und die muss man einfach multiplizieren wir haben beispielsweise kraftwerksverluste im kraftwerk das sind 40 prozent also 40 prozent wirkungsgrad hat so ein altes kohlekraftwerk die neuen haben bis zu 50 rechnen wir mal mit 40 prozent dann haben wir das kraftwerk da generiere ich den strom aus kohle dann habe ich im durchschnitt habe ich gelesen sechs prozent übertragungsverluste also durch stromnetz wenn das pro 100 kilometer habe ich ein prozent verlust im stromnetz und im durchschnitt haben wir damit sechs prozent habe ich mal gelesen kann rechnen dann habe ich bei einem elektroauto ladeverluste und dann habe ich noch noch verluste im elektroauto schätze 25 prozent also dass das inner internen 75 prozent wirkungsgrad hat okay so und diese wenn ich das dann ausrechnen will dass bei dem elektroauto dann kann ich das einfach den gesamt wirkungsgrad des systems kann ich ausrechnen und zwar also der wirkungsgrad der verbrennung in einem kohlekraftwerk mit 40 prozent das ist das ist so dass eigentlich 100 prozent wirkungsgrad wäre wenn ich die gesamte verbrennungs energie der kohle in elektrizität umsetzen kann wenn ich alles umsetzen kann und diese ganzen technischen prozesse haben halt deutlich weniger wirkungsgrad die haben limit von maximal so 65 prozent mehr geht nicht unmöglich und da haben die haben so ungefähr 40 prozent so also und wenn ich jetzt ausrechne das elektroauto da rechnen wir eben 0,40 40 prozent wirkungsgrad vom davon von dem kohlekraftwerk dann habe ich sechs prozent verluste also 94 prozent wirkungsgrad dann habe ich noch 37,6 prozent dann habe ich noch zehn prozent ladeverluste also 90 prozent wirkungsgrad mal 0,9 damit liegen wir bei 33,8 prozent wirkungsgrad und dann haben wir geschätzt noch 75 prozent wirkungsgrad innerhalb des elektroautos über den dicken daumen und damit liege ich wenn ich das jetzt mal über dicken daumen ausrechne bei 25,4 prozent wirkungsgrad wenn ich beim elektroauto wenn ich das elektroauto dann aus dem von einem kohlekraftwerk lade wenn ich natürlich die energie direkt bekommen würde direkt aus dem windkraftwerk also ich kann direkt laden dann sieht die sache schon ganz anders aus dann hätte ich 63 prozent wirkungsgrad von dem elektro was was sehr gut wäre also wichtig wenn ich sowas diese neuen konzepte habe brauche ich die energie sofort im prinzip aber sonst liegen wir bei 25,4 prozent wirkungsgrad so und wie sieht es beim verbrenner aus da haben wir maximalen diesel kriegt so 43 prozent mittlerweile diesen richtig gut aber das ist immer nur ein punkt vorsicht schön rechnen da rechnen wir dann mal mit 30 prozent wirkungsgrad beim verbrenner da haben wir 30 prozent wirkungsgrad dann haben wir noch well to tank verluste ich muss ja irgendwie diesen diesel auch herstelle in solchen komischen distillations dingen da aber dann 90 prozent wirkungsgrad ungefähr bei diesel ist ein bisschen mehr bei benzin ist weniger ich rechne mit 90 prozent ich mache das immer überschlagsmäßig also dann habe ich dann 0,3 ente kommen 9 mal da liegen wir bei 27 prozent wirkungsgrad und wenn man dann noch mal sagen wir noch mal fünf prozent verluste durch den erdöl förderung und das ganze ding das sind ja unendliche mengen die wir haben dann rechnen wir dann noch 95 prozent wirkungsgrad für den ganzen rest und dann liegen wir bei 25,6 prozent wirkungsgrad wir lernen also ich elektroauto und verbrenner und diesel verbrenner und guter geben sich genau nichts im wirkungsgrad wenn ich hier vorne mit fossilen energien reingehe das ist ein nullsummenspiel ist das also elektroautos sind nicht besser wir lernen weiterhin bei wirkungsgraden und verlusten 1 minus verlust ist wirkungsgrad und ich muss immer die komplette kette von von anfang bis ende betrachten wenn ich ein gesamtsystem betrachte und wenn ich den verlust beispielsweise von 20 prozent gegeben habe dann habe ich 0,8 habe ich 80 prozent wirkungsgrad und mit dem kann ich dann weiterrechnen und dann rechne ich 0,8 mal 70 prozent wirkungsgrad 0,7 da habe ich dann zusammen 56 prozent wirkungsgrad weil 7 mal 8 56 ist so rechnet man und das brauche ich das kann ich sowohl anwenden das hätte ich jetzt beinahe vergessen auf die leistung also in kilowatt oder ps früher dann kommt also vorne so und so viel also die leist das ist ja als leistung letztendlich ist ja auch die verbrennung hat verbrennungsleistung die wird angegeben bei einer heizung also heizung hat dann ein kilowatt oder sowas oder der wasser kocher hat dann ein kilowatt leistung und das kann ich dann und wenn da hinten was rauskommen soll dann kann ich diese diesen faktor den wirkung den gesamt wirkungsgrad den ich da ausrechnen kann ich sowohl auf die leistung multiplizieren oder auch letztendlich auf die gesamtenergie menge wenn ich das tue wenn ich mit dem auto 100 kilometer weit fahren will dann habe ich ja einen verbrauch von etwa 20 kilowattstunden also kilowatt mal stunde vorsicht nicht kilowatt durch stunde kilowatt es werden 20 kilowatt eine stunde lang abgeliefert 20 mit einheiten muss man genauso rechnen wie mit wie mit zahlen also das wird eine stunde da rechnen ich ein mal 25 das eine stunde ist und 25 und rechnen stunde mal kilowatt mit einheiten wichtig genauso wenn man mit bei den meisten schulen ist schwierig einheiten muss man genauso behandeln wie die zahlen selbst sonst stimmt was hinten nicht macht man schnell einen fehler so das war es eigentlich schon nochmal ganz kurz zusammengefasst wir haben verluste wirkungsgrad eins minus verlust ist wirkungsgrad und um das und man muss immer das gesamtsystem betrachten von alpha bis omega von vom anfang bis zum ende um irgendwie ein system bewerten zu können was wir heutzutage machen und ich kann es anwenden auf leistung und auf energie um solche wirkungsgrade zu machen so weit zum ersten teil mit dem praktischen beispiel an einem elektroauto um und dann mache ich im zweiten video machen paar anwendungen wo das alles rein spielt um dann dass sie da ein bisschen gefühl kriegen weil wirkungsgrad jetzt muss taucht eigentlich überall auf wo sie aufpassen müssen wo und da muss man sich überlegen wo habe ich den besten wirkungsgrad dass das system am günstigsten wird und nach dem preis muss ich auch noch gucken in diesem bin der erste mal bis zu meinem zweiten video anwendungen vom wirkungsgrad dankeschön diese abone willen wirkungsgradieren